Michael wollte wissen, von Indoor Ranger, wie sich das verhält mit der butterweichen Klinge, wenn es Minusgrade hat. Ich habe das jetzt so 6-8 Stunden in einem Gefriertruhr gehabt. Man sieht also auch, das beschlägt hier alles. Es ist alles feucht. Ich öffne es mit einer Hand ein bisschen bis hier hin. Und dann geht es auf. Also bis dahin. Auch bei großer Kälte lässt es sich also mit einer Hand und einem Daumen aufmachen. Beziehungsweise mit einer Handgelenkbewegung flippen. Es ist so kalt, ich muss außer Hand legen. Entschuldigung. Also, ich glaube, das klärt es, dass man es auch mit einer Hand nach der Wachsbehandlung flippen kann. Das ist so kalt. Vielen Dank.